Angst, dass die uns sehen. Die haben uns bestimmt gesehen jetzt, oder? Ja. Nö. Kann ich mit Granatwäfer schießen? Hast du eine Sniper? Auch. Nice. Willkommen zu Fortnite! Zusammen mit Gustav mit Elf. Und Leute, die Runden, die ihr gleich seht, sind aus dem gestrigen Ball-Turnier von Gustav und mir. Und bleibt auf jeden Fall dran. Am Ende habe ich noch was Wichtiges zu sagen und ich würde sagen, lasst uns anfangen mit den Runden. Obnak geschrieben, 83 Leute sind drin. Panda meint sie spielen. Okay, dann spielen wir halt Fatal. Okay. Ich bin halt so wie immer, ne? Einfach chill-schwimmen. Fatal oder Anarchy? Fatal? Wieder auf dem selben Haus? Das große Haus, ne? Ja, unter keinen Umständen sind wir die einzigen da. Ich bin grad keinen bei dir. Ich hab einen in die Richtung pflegen gesehen. Vorher. Also aussteigen sehen. Du gehst oben da. Ah, die sind lucky. Vier Stück. Was? Da hinten? Ja. Okay, ich geh mir direkt hier die Waffe holen. Ne, ich geh mir die Kiste. Ich hab ne Sniper, wie du vorher angesagt hast. Hier ist noch ne AR, ne? Ne graue. Ja, besser als ne. Ich hab auch ne Boat Sniper. Kannst du vielleicht mal zu viel nehmen? Oh, hier ist schon ne Shotgun. Oh, das ist wichtig. Krieg ich dann mal ne Pistole wieder, wenn du Shotgun hast? Ja klar, Mann. Lass mal auf die rote Bahn schnell bauen, dass wir nen Überblick über die haben. Mhm. Ich bin genau hinter dir. Die sollten hinter dem, ähm, also die sollten jetzt südlich von uns sein. Da sind sie. Oh, schöner Schuss. Ich hab nicht getroffen. Ja, ich weiß. Dahinter kommen welche, ne? Siehst du die? Jawohl, perfekt. Warten, ne? Ja. Lassen wir die gegeneinander kämpfen. Wollen wir dann gleich pushen, wenn sie kämpfen? Macht schon Sinn, ne? Eigentlich schon. Oh, shit. Ja, okay, das mit nem Pushen überlegen wir uns nochmal. Sollen wir echt nicht da drauf? Oh, shit, der hat beide gekommen. Hab Apostel gesnipet? Oh, nice. Also jetzt auf jeden Fall re-pushen? Ja, come on. Wir, wir müssen so oder so gegen die kämpfen, oder? Dann lieber jetzt als später. Ja. Die bauen sich hoch. Oh, ich hab keine AR Munition mehr. Das hab ich nicht gesehen. Ich hab nochmal 30 getroffen. Nice. So weit kommen die Dinger. Wie weit müssen wir? So ne Kontra. Sind jetzt beide links. Ja, lass umdrehen, oder? Ja, müssen wir. Versuchen irgendwie noch wegzukommen. Wir einbauen. Oh, direkt neben der Zimmer. Einer von getötet. Nice. Wir finisht. Hoppner. Hoppner war das? Ja, das Hoppner gekehlt. Okay, dann ist Benni noch da. Sollen wir den pushen im Norden? Komm. Ah, der wird von oben noch irgendwie angestellt, glaub ich. Ja, das ist riskant, ne? Der ist nicht mehr da, ne? Ja. Nicht wirklich, hab ich die Note kurz, ne? Hier. Ja. Ja, ich kann ihm nicht so viel geben. Ja, ist gut. Dankeschön. Ach Bescheid, wenn jemand ist, dann komm ich hoch. Hier ist keiner. Es jumpet. Aber doch, hier irgendwo ist einer. Neben mir direkt. Kein Material mehr. Feels bad. Schon. Unter mir ist direkt einer, ne? Oh, und über mir. Dies wusste ich nicht. Und ihr? Oh, der ist weg. Der ist durch den Sturm gestorben. Okay, der andere ist mit dem Jumpet weg. Lass das mitnehmen. Wer ist da schon? Wir sind quasi gegen den Kämpfen, ne? Ja, aber ich... Ich hab 30 Material. Ich bin halt nirgendwo hoch, weißt du? Ich hab gar nichts mehr. Ich kann nichts machen, Mann. Ich hab nichts zum Bauen. Ach, Hami. Das war halt. Schade. Ich hab Benni geholt. Oh Mann, warum haben wir sie mich zum Bauen gehabt? Das ist Hami, ne? Hm. Gepusht. Du hast grad noch gelegt? Ja. Nein. World-Best-Spieler. Kein Material mehr. Okay. An sowas sterben wäre schade. Geht's bad. Ohne Material. Einfach abwarten. Wir sehen halt da. Ja, ja. Aber was willst du machen? Bessere Position. Oh. Auch interessant. Oh. Nein. Ich hatte ihn fast. Hm. Ah, ist schade. Einfach kein Material gehabt, ne? Beide. Wie viel Leben hatte er? Ah, 50 noch. Bei mir geht einer oben hin. Hm. Ich hab ne AR. Ja. Der ist bei dir? Ja, bei mir war einer. Wo ist der? Ach, der ist schon tot. Sehr gut. Okay. Oh, hier ist noch einer, ne? Oh Gott. Ernsthaft? Ja, unten bei mir ist noch einer. Alter, der hat mich. Hahahaha. Hab ich gar nicht so gelegt. Okay. Oh mein Gott. Geh ins Haus. Hahaha. Null mitgerechnet, ne? Wo ist der Sniper? Bogen, ganz oben. Schau, wo die Kiste normalerweise ist. Was ist das? Heftig, ne? Fand ich, ne? Hab ich drunter geschossen? Ein anderes Weak, da. Okay, fliegen. Der ist hinten. Okay. Ich hab den eben sehr weit drunter geschossen. Wo ist der genau jetzt? Ähm, 170 beim Holz, war der hinten. Von mehreren Seiten grad, ne? Ja, ja, ja. Was sind die denn alle? Gegner bei Norden? Irgendwo? Ah, hier unten. Er ist gestorben. Ah, da war der. Von den Norden? Oder was? Hm. Okay. Da links unten, links unten. Löff da. Oh, ich hab den einen One-Shot geschossen. Nein, das ist One-Shot. Jetzt? Ich hab ihn nochmal getroffen. Oh, wer hinten? Oh, Gott. Er hat mich erschreckt. Warum hört man das nicht? Hab ihn noch bekommen, glaub ich, oder? Nice, man. Oder nicht? Oh, es war Fischkopf. Nein! Ich check mal kurz Lage. Check du mal kurz Lage. Ja, zwei ganz links. Zwei sind links. Wir sind hier. Hinter uns ist... Niemand. Ich geh eine Etage runter. Wie ist oben drauf? Okay, dann geh ich hier oben hin. Oh, direkt bei uns ist jemand gelandet. Ich hab ihm grad auf der Hüfte einen Headshot gegeben. Ich hab ihm mal den Key gegeben, ne? Ja, danke. Mit dem Revolver. Du hast ihn heilen für mich? Nein. Aber ich hör ihn, wie er kommt oben. Müsste hier jemanden ein Haus weit haben? Weißen? Könnte es sein, dass er es ist? Es war ein roter Charakter. Ich hab ihn ein paar Mal getroffen mit meiner geilen Zeit. War das ein roter Charakter grad? Ja. Er ist One-Shot, er ist One-Shot, er ist One-Shot. Wer jetzt? Der rote, der rote. Weißt du, wer noch nicht wo der ist? Vom weißen Haus bei 300. Ich hab ihn noch nicht einmal gesehen. Ach, da hinten. Oh, let's go! Hey, zwei Headshots verpasst jeweils. Okay. Der war aber so One-Shot. Ja. Das ist bad. Noch schichten sind nur vorbei. Oh shit. Wir haben so schlechte Waffen. Ja. Mal zurückziehen. Über links außen einfach zurückgehen. Können wir erstmal versuchen. Zu Anarchy. Wenn wir Glück haben. Oh, wir müssen auch noch los. Ja. Dann sowieso. Nicht vernachlässigt werden. Äh. Hinter dem, hinter dem, äh. Hinter der Tankstelle. Okay. Wer hat ihn einmal getroffen? In 30. Nice. Ab den anderen. Zone kommt aber. Ja. Wir müssen trotzdem das nur fertig machen. Komm mal. Der ist fast. Der ist One-Shot. Ja. Machst du den fertig hier? Ich spreng auf. Oh fuck. Ich hab mich verspielt. Sorry bro. Ich hab gedacht, äh. Alles gut. Ich hab gedacht. Ja, ist immer so, dass man nichts zum Hain hat. Ja. Aber wir haben. Also ich hab mich grad so verspielt. Oh nein. Es kommen sogar welche von Dings. Oben. Bald hittet auf dem Berg. Fuck. Meinst du, die werde ich sehen? Ich bin... Denker. Ich baue die Dächer über mich, damit sie mich nicht richtig abschließen können. Wie viel Material hast du? Hehehehe. Insgesamt. 80. Okay. Ich hab 60. 60. 40. Ja. Oder wir gehen nach Tilted rein und gucken, ob da noch was übrig ist. Wäre riskant, aber man könnte es versuchen. Dann müssen wir uns wirklich beeilen, ne? Weil nächste Zone... Ja. Bauen wir? Ich baue mal kurz was ab hier. Jemand gewesen? Madpack. Oh mein Gott. Nice man. Oh mein Gott. Eine blaue Kampff. Nehmen wir den Dings. Wagen. Wo ist der? Kannst du dir mal ein bisschen vor? Ja. Äh... Ich hab ihn. Ich hab ihn. Nur halt ein bisschen. Fassen? Ja. Digga. Ja. Geh durch. Let's go. Let's go, man. Let's go. Schön schieben. Ja, aber hier können wir... Das ist voll langsam hier hoch zu schieben, oder? Ich hab Angst, dass die uns sehen. Die haben uns bestimmt gesehen jetzt, oder? Ja. Nö. Hast du eine Sniper? Kannst du einfach schießen? Hast du eine Sniper? Auch. Nice, man. Einmal getroffen. Oh mein Gott, die Plays. Oh mein Gott. Die Plays. Ah, Verbände. Gönn dir. Ich nehm mir hier die Minis erstmal. Ach so, du hast... Oh, du bist auch verletzt worden. Ich hab nichts zum Bauen, ne? Hast du was für mich? Danke. Oh, wir haben 6 Kids. Das ist schon mal gut. Nice, man. Das war gemein. Einfach ganz geil. Die Aktion gerade. Ja, das war richtig geil. Ich war mir nicht sicher, ob ich mit Sniper schießen soll, oder mit Granatwerfer. Ja, Sniper hat mehr gesinnen bei dir. Du bist halt einfach gut damit. Er war halt ein Buddy-Hit, ne? Jo. Reicht doch. Ist halt 100, ne? Oh, direkt vor uns. Oh, ist das Bonny scheiße. Wir sind's gut. Ja. Ich zieh mich ein bisschen zurück, damit ich vielleicht einen Granatwerfer besser schießen kann. Ja. Äh, wir müssen die ganz schnell weg. Wie machen wir das? Ich hab's nicht zum Bauen fast. Das wär jetzt so dumm, da hinzugehen. Fuuuuck. Oh mein, er hat mich gesniped. Ich hab ihn auch mega getroffen. Ja, ich bin tot. Ja. Schon wieder am Baumhanger gestorben. Okay. Ich lauf weg, ne? Ich versuch wegzulaufen. Oh, ist das ekelhaft. Man, schon wieder deswegen. Wir wollen dich aber noch, ne? Wir müssen da reinkommen. Achso, du stirbst, ne? Fett. Dann geht das was. Erstecken lassen. Boah, wie lange die gewartet haben, ne? Eier. Wir konnten nichts machen. Wir sind jetzt zwei von drei Runden gestorben, weil wir können Material hatten. Eier, ist ein Hase wie ich? Oh, das ist Fufu. Wo? Ja? Ja. Ja. Zeig mir die rote Karte. Das ist Posey! Ja. Das waren die beiden. Haha. Scheiße, Mann. Der geht jetzt, wie ich bin, wie ein Hase rum. Was soll ich scheiße? Haha. Was auf mich war jemand hinter dir. Oh, nö. Der will da auch landen, glaube ich. Er driftet nach links ab. Ja, er ist nach links abgedriftet. Oh, bei mir ist jemand. Wait! Wo ist er? Runter. Anscheinend. Fick. Nice one. Füllchen. Warte. Oh, auf unserem Haus. Oh mein Gott. Von zwei Letten. Ich hab mir nichts mehr zum Bauen. Hab ihn. Sehr schön, sehr schön. Nice, hol ihn dir. Na ja, hallo. AR, treff doch mal. Was soll ich scheiße? Ich bin ein bisschen Schiss. Sieh mich jetzt da drauf. Es trefft nicht. Oh mein Gott. Wir müssen uns schon wieder zu holen laufen. Gönn dir. Ja, gönn dir mit. Das war ein wundervoller Anfang. Der hat richtig Spaß gemacht, Mann. Naja. Ich hab Lecks, ne. Im Game. Oh shit, echt. Ja, hab ich gerade gemerkt. Soll ich die in Ruhe lassen, ja, ne? Lass doch nach links abdrücken. Oh. Nein, von rechts. Oh nein. Ja, Kate, mich gar nicht. Ach komm schon, Bro. Snipe abbekommen, ja? Ja. Der hat alles einfach. Was soll ich machen? Äh. Alter, hast keine Granaten, ne? Ich hab gar nichts. Kann ich gucken? Na doch, na. Ihr seid verberaschen. Das geht. Ist der eingebaut, oder was? Nein! Oh, das Bauern. Gerade. Ich wundere mich, dass ich die ersten zwei, drei Schüsse gar nicht getroffen habe. Hey Leute, das war's mit dem Video. Und ich wollte mal ganz kurz Feedback zu dem Turnier geben. Erstmal danke ganz kurz an alle, die uns unterstützt haben. Und danke an Gustav, dass du mit mir gespielt hast im Turnier. Dafür auf jeden Fall ein Like an euch und an Gustav. Und Leute, welcher Platz sind wir geworden? Wir sind der achte Platz geworden. Es hätte besser sein können. Wir sind halt immer daran gestorben, dass wir kein Material hatten. Naja, wie auch immer Leute. Ich werde die Fun-Runde auf meinem Main-Channel hochladen. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe. Wenn nicht, lade ich es morgen. Also am Montag um 16 Uhr hoch. Schaut auf jeden Fall vorbei. Der Channel ist in der Videobeschreibung verlinkt. Oder ihr klickt links auf das Bild drauf. Da kommt ihr auch zu meinem Channel. Oder ihr klickt rechts auf das Bild drauf. Da kommt ihr zu meinem letzten Video. Und schaut auf jeden Fall bei Gustav vorbei. Sein Kanal ist in der Videobeschreibung. Da seht ihr es aus seiner Sicht. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.